Servus und Hallo, hier zum Vlog auf MabacherTV. Wie ihr seht, ich nehme euch heute wieder mal mit. Ich weiß nicht, wer von euch es schon mitbekommen hat, aber ich moderiere auf YouTube auch noch eine andere Sendung. Und zwar die Sendung ohne Barrieren. Diese Sendung wird produziert von Ernst Spießberger. Der hat im Brotbüro eine Produktionsfirma und mit der macht er Imagevideos und jede Art von Videos eigentlich im Sozialbereich. Und unter anderem hatte ich mit ihm vor ein oder zwei Jahren eine Sendung kreiert, die hieß Zitronenwasser. Believe of Octo. Das ist ein Community-Fernsehsender in Wien. Und die Links gebe ich alle unten in die Beschreibung rein. Und als Nachfolgesendung von dieser Zitronenwasser-Sendung gibt es eben jetzt die Sendung ohne Barrieren. Die wird immer gestaltet von unterschiedlichen Personen. Einzig und allein gleich bin ich. Ich mache die Moderation. Und die wird dann immer extra aufgenommen. Das heißt, der Ernst geht vorher los und macht die Interviews, die Sendungen, die Beiträge und danach zeigt er mir die. und gemeinsam planen wir dann die Moderation rund um diese Beiträge. Und eine dieser Moderationen, die nehme ich heute auf. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch nicht. Hallo. Trauer ist sie schon. Lackiert ist sie schon. Aber jetzt können wir die Dinger. Die Autostreifen an die Straßen gehen. Wie ihr seht, haben wir hier eine Rampe. Die wurde custom-made vom Chef persönlich. Sehr, sehr geil. Ich mache einen Vlog für meinen Youtube-Kanal. Ah Florian. Kennst du dich hier schon? Nein? Kann sein, ja. Was? Was? Super. Super. Ja gut. Sehen wir nochmal. Hups. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Sendung ohne Eichern. Diesmal gestalten. Und bitte. Das war eine weitere Ausgabe von Sendung ohne Barrieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein Abo da lassen. sollten Sie Anregungen oder Fragen zur Sendung haben. Einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und es heißt, Sendung ohne Barrieren. Ja meine Lieben, das war's. Ich habe wieder eine Sendung ohne... Nein. Ich habe wieder mal eine Sendung ohne Barrieren aufgenommen. Das waren jetzt viele Sendungen, gell? Ja, so läuft das einmal im Monat. Eine ziemlich coole Sache eigentlich. Wäre schön, wenn Sie mal reinschaut. Eben unter Sendung ohne Barrieren. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr Skifahren geht, bitte vorsichtig sein. Man kann sich dabei verletzen. Hab ich gehört. Und Lawinen und so. Also wirklich. Aber ich empfehle ja eher, sich zu Hause hinzusetzen, ein warmes Kakaoucherl. Vielleicht ein Schuss Rum rein. Und ein guter Film. Darum kann man sich weniger wehtun. Ansonsten, danke fürs Zubeisein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Hier auf Mabaka TV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 5 1 1 Hebrews 2 Vielen Dank.